Jetzt! Oh! Herzlich Willkommen zurück! Hä? Muss ich hier jetzt abschießen? Tja, scheinbar. Oh, als erstes natürlich! Wow! Hilfe! So spät, Kett. Ich hatte eine Menge... Ich hatte eine Menge... Reinkommen! Oh mein Gott! Ich komm da durch, aber hier ist die Appe! Wir müssen auch noch nachladen. Oh mein Gott! Wow! Scheiße! Die sehen schon ganz schön... Naja... Raus! Irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Oh... Scheiße! Nein! Nein! Oh verdammt! Moment! Wir machen den Umweg! Na Gasse! Wir sitzen in der Falle! Okay... Oh mein Gott! Ja, und damit herzlich Willkommen zurück zu... äh... Spec Ops... The Line! Nein! In vier Tagen... Beginnt diese Stadt zu verdursten! Wie Rix es wollte! Das ist Ihre Schuld Walker! Sie waren das! Nicht ich! Jetzt bin ich... Bin ich mal wieder dafür schuldig gemacht, dass ich... Jetzt bin ich... Bin ich mal wieder dafür schuldig gemacht, dass ich... Oh... Oh... Und hier... Oh... Oh... Ich brauche Hilfe hier. Ich höre euch doch, ihr Idioten. Briggs, sind Sie es? Warten Sie. Walker, hier drüben. Briggs? Wo sind Sie? Ich sehe nicht... Oh, Scheiße. Moment, ich hole Sie da raus. Lassen Sie es. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Hatte recht. Sehen Sie, wenn die Leute spitzkriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird es die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Ich möchte ihn nicht erschießen. Los, Walker. Tun Sie es. Bitte. Was stehen Sie da rum? Los doch. Das möchte ich wirklich nicht. Kann man ihm nicht irgendwie die Waffe geben? Verdammt, Walker. Bitte. Ich flehe Sie an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Logo und der andere. Oh, sorry. Störe? Ich etwa? Verdammt. Warte, Logo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Oh, 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 oh. Bitte keine Kraftausbrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung. Für Verdurstende. Natürlich. Wo haben wir jetzt die ganze Zeit? Scheiße, noch mehr Soldaten! Los, in Dettung! Oh, das finde ich gut, Marty. Nicht so schüchtern. Raus damit, sind hier nur wir zwei und ein paar tausend dürstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ja, Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nicht ruhen. Was wirst du jetzt tun? Denn die bringen dich um. Ha, ha, ha. Marty, Marty, Marty. Okay. Ja. Okay. Vielen Dank.